willkommen zurück zu let's play ww mit dem paladin ja ihr seht es ich habe mir gerade noch mal den quest text genau durchgelesen das sollte man öfters tun wir werden in die katakomben jetzt reisen haben auch zwei aufgaben ja genau eine eigentlich nur aber wir sollten ja sowieso da unten hin zwei haben eigentlich jetzt hier genau genommen noch mal gucken was uns hier kommen erwartet das kann eigentlich nichts gutes sein so sind wir schon gleich unten und gott entdeckt das sieht schon sehr düster aus ich glaube hier vorne sitzt der kollege zu dem wir wollen ja genau so die weiküren fliegen schon da kann man ja tafeln einsammeln auch bestimmt gleich das war ja fast parallel alle drei zusammen die weiküren das gleiche sylvanas hier noch um die ecke kommt so keine tafel ich nehme die auch schnell mit So, sie haben wieder Parallel-Kontrolle. So, sie sind wieder Parallel-Kontrolle. Und dann? So, sie haben auch eine Spurwaffe. Sie sehen ja schon. So, sie werden wohl hier. hier liegen noch zwei weitere tafeln ich werde schon wieder leise ich vergesse es jedes mal ich bin außer reichweite alles für ein jahr so wenn man fast jetzt gerade drüben gewesen für uns Die letzte Steinplatte nehmen wir mit. Was ist hier los? Und schneller müssen wir laufen. Geheiliges Artefakt müssen wir holen. Das ist bestimmt unter uns. Die Aufgabe kenne ich nämlich noch. Komm her, hier. Ich bin außer Reichweite. Oh, ihr Nordmengler. Keine Bedrohung. Alles voller Untote. Zombies. Maden. Da sind wir zum trennen. Zerfälle. Schade. Das ist nicht krass. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Schnell. So und wir zurück. in der instanz anmelden die instanz hier auch nach norden meine nord end nord end instanz schnell einladen dann könnten wir noch eine machen ansonsten erst nächste woche wieder was sie abgeben jetzt darunter eines zu denen der kämpfen ich glaube schon wir werden einfach mal runter ich muss hier was machen das gehen wir da ab vielleicht muss man ja nochmal rein aber glaube ich danach wenn wir hier die aufgabe abgehen haben dann müssen wir dann noch mal runter so könnte das auch sein hier lang ist die ganze zeit alle zu holen was jetzt noch da unten ihr könnt mir auch mal in den kommentar schreiben ob der vielleicht von einem let's play projekt mehr folgen sehen wollt oder das andere vielleicht mal gar nicht mehr das würde mich mal interessieren das könnt ihr mal gerne in die kommentare schreiben ich glaube ich bin noch zu klein ich kann noch gar keine umfragen machen bei youtube da muss ich noch mal gucken aber ich glaube das kann ich noch gar nicht 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 problem die Leute von wikings sehen wenn das ragnar logbrock sehen würde ich kann das nicht angreifen ich kann dieses ziel nicht anders kommen sie alle aus dem stil zu erzählen oder noch einer oben wie kommen denn da jetzt gehen wir mal sag für einpacken macht gut und deren ob er an den vorbei reiten können das auch an der typ und ab aus dem katakomben haben es geschafft er greift uns bestimmt an beide nieder nieder machen also und auf geht's schnell aus dem katakomben raus und dann können wir schön die aufgaben aber wir fliegen noch vorher in den see das heißt der fluss mündung machen die aufgabe auch da fällig und können wir sie alle auf einmal abgeben dann kommen wir machen sie die folge vielleicht ein bisschen länger tor mutgat burg utgard ist okay wie geht's schöne aufgaben werden wir das level auf jeden fall schaffen seit auf der hut so und auf geht's hier 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 Oh mein, schönes, ne? Zack. Ein schönes Makro, das die Leute gerade in der YouTube-Aufnahme sind. Wir machen uns mal ein bisschen nervös. Und ein bisschen Werbung können wir oft machen. Okay, okay. So, oh. Okay. So, auch gleich ein. Und weiter geht's. Vielleicht müsst ihr das sogar fast in der Zeit schaffen. Ja. Ja. Wurde sonst. Ich glaube ich habe den Highland ausgelöst. Feuer besser geklappt. Wenn. 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 holen da kommt noch genug drei holz ruhig wenn das hier vorne uns erst mal den drachen hier 1.400 dp den kann man auch erst brauchen wir gleich den nächsten Boah Bitte renn die mal sicherheitshalte weg von der Gruppe Warten wir mal extra Versuch Was ist der Fall? Woh! 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 Da war ja heiler hat genug dies Laufen wir gleich durch ich jetzt und abgeschlossen sehr schön da stehen wir schon vor dem ersten boss so so ein schild hat er überhaupt so und so 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 ich kann das nicht guten und weiter geht es das erste erz für uns so 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 auch 1300 ep haben oder nicht haben so 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 da habe ich mich verklegt Da hab ich mich verpickt. Stimmt. Was ist denn los bei dem? Weiter geht's. Brauchen wir nicht für den Heilhahn. Paladin? Ja. Brauchen wir nicht für den Heilhahn. Brauchen wir nicht für den Heilhahn. Knie, fliegel. Was ist denn die Gruppe? Was soll denn sein Kett da? Ich bin außer Reichweite. Ich wollte den Weg auf Feuer machen. Wir sind ja schon fast voll im Zweifel. Danke. Doch nur noch nicht zu lange drücken und einen Gang kommen. Dann stehen wir schon vor den beiden. Das ist reingehauen, dass er halt nicht ganz so viel reingehaut. So viel. Sehr gut. So viel. Sehr gut. So viel. So viel. So viel. So. Da sind sie. Die beiden. Wir wissen schon. Wim's. Die ganzerienden, die die ganze Zeit hat später Dedekinchen. Es geht runter. Er hat das. Im Moment. Es geht schon. Da sind sie so. Der ist ein Ducat. Ich habe das. Der ist ein Ducat. Der ist ein Ducat. Der ist ein Ducat. Und hier haben wir ihn gut. Da geht's. Ich lerne noch Tram machen. Wir schlafen zeitig. Ihr seht es, es ist fast halb zwei. Langsam muss ich ins Bett. Ich auch nur machen, weil ich noch Urlaub habe. Ich habe ein paar Halssprüche auf mich drauf. So, jetzt habe ich nur noch der Endpost. Genau. Ingwer. So, jetzt bin ich. Das ist zu weit entfernt. Oh level 61, sehr schön, ich habe die Instanz nicht mehr abgeschlossen. So, und... Komm jetzt, kommst du nicht mehr? Oh Gott, dann kommt er nicht. Komm zum Endboss. Komm mal aufmountain. Tja, da sind wir doch gut dabei. Wann wir jetzt alle da sind. Unser Heiler. Da ist er. Und go. Oh. So, jetzt kommt er den Sollen verstecken. Okay, da mittlerweile auch alle. Wurde es wieder...belebt. Ingvar. Ja, euer jämmerlicher Fehlschlag wird anderen eine Warnung sein. Ihr seid verdammt. Ihr seid verdammt. Erhebt euch und folgt dem Willen des Meisters. So, ich dachte, er leveled wird zusammen, aber anscheinend nicht. Im Zentrum. die aufgabe abgeben die aufgaben verlässt auch die gruppe da war glaube ich der die aufgaben man hätte sie auch schnell schnell rein und aus teleportieren können auch ich wollte euch einfach mal den weg zeigen für die leute die sich mal rein noch aus teleportieren man kann auch schnell runterspringen so und da verteidiger was geht euch durch den kopf wird wie sich das ist eigentlich egal da haben wir ja sowieso unser level heizband bleibt sauber dann gehen wir nochmal schnell raus aus der instanz werde ich nochmal nach oben laufen dass wir auch wissen wo wir dann nächste woche wieder weiter starten so ich sage euch danke fürs zuschauen viel speis beim zugucken bis zur nächsten woche bei let's play wgw mit dem paladin und bürger im lp auf wiedersehen tschüss abis Vielen Dank.